Hallihallo, ja du, mein Lieblingsmensch, schön, dass du da bist. Bei Michis Gedankenflut, das unsentzielte Leben, der Podcast. Wer bin ich? Hallo, ich bin die Tamara Michaela, 36 Jahre alt, bin alleinerziehend von einem süßen Buben und komme aus Wien. Meine Hobbys sind Schwimmen, Podcast, Netflix und TV schauen, Musik hören und vieles mehr. Und ich spiele auch noch gern World of Warcraft, wenn ich Zeit dazu habe. Und natürlich unternehme ich mit meinem Kind sehr viel. Dieser Podcast ist für meine Gedankenflut, deswegen habe ich ihn auch Michis Gedankenflut benannt. Mit Hilfe einer netten Person, die ich seit dem Bloggen kenne, das ist die Babse Hey, könnt ihr auf Instagram folgen, wenn ihr wollt. Weshalb und warum erzähle ich euch in einem anderen Podcast. Mit diesem Podcast möchte ich euch unterhalten, wie zum Nachregen andenken, zum Nachregen andenken, okay, zum Denken anregen. Ja, ich bin auch ziemlich verpeilt, wenn ich etwas sage oder zu schnell etwas sage und es dann genau so rauskommt. Und an das müsst ihr euch gewöhnen, aber ich hoffe, ich bringe euch damit zum Lachen. Mein Vorhaben auf diesem Podcast ist, meine Gedanken zu äußern, euch zu fragen, was ihr davon denkt. Sachen erzählen, was ich erlebt habe oder die, was mir passiert sind, was so in der Welt herum geschieht, was mich nicht loslässt oder sogar zum Zweifeln bringt. Alles mögliche werde ich euch in diesem Podcast mit euch bereden. Ich werde größtenteils alleine diesen Podcast führen. Sollte ich Gelegenheit haben und mit Leuten zu reden, reden zu können, werde ich dies machen und dann werdet ihr sie hören und ich stelle sie euch auch vor. Mein zweiter Podcast heißt Buchrezessionen mit Michi. Dort stelle ich euch vor, die Bücher, die ich lese, wie ich sie finde, was ich davon halte, ob ich sie euch weitervermittle oder nicht. Das könnt ihr alles dort auf diesem Podcast hören. Ich bin vertreten auf Instagram, auf Twitter sowie auf Facebook und auf Telegram, wenn ihr als erster irgendwas wissen wollt. Dort bin ich auch vertreten und ja, sonst war eigentlich das meine Vorstellung. Ich hoffe, du wirst ein Langzeithörer und natürlich, dass ich dich zum Lachen bringe bzw. zum Denken anrege und du mir vielleicht sogar auf irgendeiner Plattform dann deiner Meinung zu gewissen Themen erzählst oder sagst. Dankeschön, dass du gehört hast. Mich ist Gedankenflut. Baba und Vollneid. Baba und Vollneid.